Ja, das wollte ich. Dann sag halt auch was dazu. Danke, Onkel. Gefällt dir das? Ja, das gefällt mir. Wie gut? Bis zum Ende vom Weltall. So, gut. Dann machen wir auf und schauen, was drin ist alles. Ja, lauf mir nicht davon, du, Heini. Ohne Schere. Wir sind Männer. Komm her. Geh da her, wo du vorher warst. Jawohl. Ui, was ist denn da noch drin? Die Puzzle lassen wir halt zu, weil die bauen wir morgen zusammen. Schauen wir mal, was in der Tüte ist. Was ist denn da noch drin in der Tüte? Das ist ja nicht nur bloß ein Puzzle. Was ist denn da noch drin? Doch ein Ritter. Ein Ritter? Echt? Wow, das ist aber cool. Was dein Onkel dir schenkt. Danke, Onkel. Und, bekommt er da einen Kuss oder nicht? So. Mua. Mua.